ja hallo ihr hört schon ich bin hier wieder im ssb bereich und ja mit dem malarit heute kommt der teil 2 von diesem malarit radio diesen stand alone str den ich ja wirklich klasse mittlerweile finde muss ich sagen ich fand ihn auch schon in der ursprung in dem ursprungszustand nicht schlecht aber wie ihr hier seht vom menü hier hier unten hat sich da einiges getan und zwar ich habe die original russische software darauf geflasht auf diesen speicher chip wo da drin verbaut ist das ist ja ein china klo was ich hier habe ist wesentlich billiger wie das original aus russland hat ja wie ich euch im ersten teil schon erzählt habe eine test software drauf die weitaus nicht so umfangreich ist wie die originale große vorteil ist von der originalen ja erst mal im größeren umfang an einstellungsmöglichkeiten gerade auch was die filter einstellungen betrifft was auf kurzwelle ja doch sehr vorteilhaft ist viele filter können auch aktiviert werden auf dem bord wo mit der testsoftware nicht funktioniert haben es gibt wirklich sehr große unterschiede muss man wirklich sagen zwischen dieser original russischen software die dafür ja eigentlich gemacht ist auch für das originalgerät wo ja aus russland kommt also im unterschied wie ketchup und senf wie tag und nacht oder wie auch immer ja also hier da geht jetzt wirklich dieses radio wesentlich besser wie vorher mit der original china software vor allen dingen ist es jetzt frei geschalten bis auf zwei gigahertz nicht mehr 200 megahertz wie bei der testversion wo auf dem ja wo da auf diesem gerät drauf ist wenn man es so gekäuft bei ebay zum beispiel also wirklich ganz toll die filter klasse ja also ich bin mittlerweile sehr überzeugt von diesem gerät ja so ein gerät aus china ist natürlich weitaus billiger wie das original in russland ich habe mir mal die preise angeguckt also in russland wenn ich das originalgerät in russland bestelle sind die kosten 195 dollar dann kommt noch der versand aus russland dazu der auch nicht ganz unerheblich sein wird ich rechne da mal um die zehn euro teilweise je nachdem wie sie wie die das versenden ja das gerät ja aus china das habe ich euch schon das letzte mal gesagt hat mich gekostet 77 euro die hardware ist ja open score deswegen bauen sie chinesen ja auch nach nur die tatsächliche originale software von den russen ist nicht open score das heißt man muss einen wenn man dann die software drauf gespielt hat die original russische muss man einen freischaltcode beantragen und dieser kostet 55 dollar das sind circa 49 euro ja also roundabout sage ich mal habe ich für dieses china gerät wo im grunde auch alles soweit kann ja wie das original russische plus die original russische software die ja ja wir zweitaus mehr möglichkeiten bietet was die einstellung betrifft 55 dollar noch drauf bin ich bald circa jahrhundert 1627 euro das ist natürlich doch schon ein paar 70 euro billiger wie das originale wie gesagt ich habe jetzt das originale natürlich jetzt nicht hier ich kann es nicht direkt vergleichen ob das vielleicht noch mal besser ist von der hardware her aber ich muss sagen jetzt nur mal rein von diesem einen gerät her wirklich wirklich klasse und die möglichkeiten sind wirklich sehr groß ihr seht ihr wie gesagt den ssb bereich das war jetzt auch noch keine große kunst ihr seht das ist aber auch vom spektrum her wesentlich ruhiger also die software macht extrem viel aus bei diesen china geräten das habe ich auf jeden fall gemerkt jetzt was das menü betrifft ich habe ihr müsst halt mal den ersten teil angucken da seht ihr mal den unterschied also klar man hat hier den band knopf also diese das ist ja ein touchscreen kann man hier drauf drücken da hat man auch wieder die ganz normalen speicher funktionen dann hat man aber jetzt was mir besser gefällt man hat ja auch den mod touch das heißt man kann man muss hier nicht erst umständlich dieses rädchen gedrückt halten und so weiter um den mod auszuwählen hier soweit alles dabei wie bei der anderen software auch bei dieser chinesischen test software plus ein cw decoder ist noch mit dabei gekommen hier sieht das ein bisschen und ja eine snr verstellung also man hat auch hier in weiteren funktionsumbau in der original software dann was auch erheblich ist ist die rausch reduktion merkt man auch jetzt eine erhebliche verbesserung dieser ich mache noch mal laut dann kann ich euch das mal zeigen ich habe die momentan eingeschalten aus jetzt ist die rausch reduktion abgeschalten und jetzt schalte sie wieder an also ihr merkt da ist ein erheblicher unterschied auch gegenüber der original software wo aus china da drauf ist wie gesagt also wie man die drauf macht diese original woher die her bekommt das zeige ich euch alles dann noch im anschluss wir gehen erstmal nur so grob durch dann haben wir hier natürlich einstellungsmöglichkeiten was den lcd bildschirm hier betrifft und was das wasserfall diagramm betrifft übrigens ich habe eine komplette betriebsanleitung in englisch gefunden im internet die werde ich euch dann auch noch mal verlinken und dass ihr das auch noch mal alles nachlesen könnt auch die ganzen menüpunkte also die original software ist auch wirklich wesentlich umfangreicher wesentlich umfangreicher jetzt haben wir hier die audio einstellung und filter einstellungen sind da man hat ja jetzt auch mehrere filter möglichkeiten im gegensatz zum originalen aus china also aus der nachgemachten software aus china woher der abgespeckten version wie auch immer und zwar man kann hier auf man kann hier drei filter hat die möglichkeit drei filter möglichkeiten einzustellen normal mittel oder halt breit ja also schmal normal und breite filter man kann die filter stufenlos auch einstellen in der breite dann ja also ob man den man kann jetzt hier zum beispiel auf narrow und kann den narrow filter dann dementsprechend auch noch in der breite anpassen ja dasselbe geht mit allen filter möglichkeiten auch der normal und auch der white filter kann man alle noch extra zusätzlich anpassen finde ich ganz klasse ist vor allem für die kurzwelle ja wirklich perfekt ja was haben wir noch ein agc kann man auch noch wesentlich mehr einstellen agc gain und 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 ja also ein sehr umfangreiches menü der neues blänker kann man auch noch einschalten das ist auch super den kann man konfigurieren der den wie gesagt agc equalizer für wfm hat man jetzt noch hier mit drin also war also jetzt kann man wirklich dieses geld voll ausnutzen das konnte man vorher nicht gehe ich mal hier drauf ihr seht auch der touch ist wirklich sehr empfindlich also man braucht nur sanft drauf gehen das ist mir aber schon vorher aufgefallen ja dann hat man hier natürlich den rfg noch wir müssen nur bedenken das gerät also ich habe hier den gain auf vier und habe schon richtig gutes signal geld also das gerät wird verträgt eigentlich ja nicht zu starke signale da muss man wirklich den gain runter drehen ja das ist wirklich sehr empfindlich ich hätte auch wirklich nicht geglaubt aber es ist tatsächlich so ja also ich habe den nur auf vier den kann man ja noch hoch jubeln glaube ich bis 40 oder so ich also aber dann übersteuert das gerät also man muss den gehen wirklich doch relativ weit runter drehen ja ja dann haben wir hier den et in preamp kann man noch dazu schalten also ein verstärker also wirklich viele 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 möglichkeiten was mir kann hier eine korrektur kann man hier noch einstellen wenn man das möchte ja es ist wirklich sehr 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 umfangreich das muss man wirklich sagen und es hat sich doch da einiges getan jetzt mit der neuen software mir kommt das auch so vor als wäre ja grundsätzlich auch die die qualität der der ausgabe wesentlich besser und also der 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 audio ausgabe dann was ich euch auch im ersten video gesagt hat was mir nicht so gut gefallen hat dass ich keine direkte frequenzeingabe machen konnte das ist jetzt auch verschwunden das kann man hier machen wenn man hier drauf drückt auf die auf die frequenz und dann kann man jetzt ja auch hier direkt eine frequenz eingeben das ging ja mit dieser testversion aus china nicht gut also wie gesagt ist jetzt auch freigeschalten bis zwei gigahertz nicht mehr bis 200 megahertz das heißt auch satelliten empfangen im l band ist dadurch jetzt auch möglich das gehen wir aber dann mal so alles durch ein bisschen ist auf jeden fall eine feine sache ja was soll ich sagen du gerade durch diese audio filter und durch diese signal filter wo es jetzt ja gibt bzw die man jetzt auch aktivieren kann ja da kann man natürlich jetzt einiges machen da funktioniert das ganze gerät natürlich wesentlich besser gerade was die kurzwelle betrifft aber wir gehen das jetzt mal durch wir werden jetzt erstmal wieder so einiges probieren gehen mal in den vlf bereich gehen mal hoch bis zu den satelliten und schauen einfach mal ja was da so geht das hatte ich ja im letzten video auch schon mal gemacht mit der original software ging auch schon gut aber jetzt mit den neuen filter einstellungsmöglichkeiten und so weiter denke ich funktioniert das noch besser und da danach werde ich euch dann zeigen wie man diese original russische software darauf bekommt bzw wo man sie überhaupt her bekommt und glaubt mir das war gar nicht so einfach ja entweder habe ich an den falschen stellen gesucht aber ich sage nur ich habe sie aus japan gekriegt also ein download also ein link zu dem download von der software und die ist komplett auf russisch und 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 also ich habe mich da ein bisschen durchkämpfen müssen aber deswegen gibt das jetzt auch wahrscheinlich jetzt hier dieser teil 2 von dem malachit gibt ein etwas längeres video ich hoffe das langweilt euch nicht aber es ist halt doch schon sehr umfangreich gewesen es ist auch nicht ganz so einfach ja diese software da drauf zu kriegen also nicht zu vergleichen als wenn man jetzt irgendeine software auf einen speicher stick oder so spiele wird ja das gehen wir jetzt mal schritt durch jetzt gucken wir erstmal wieder was alles so möglich ist und ja danach zeige ich euch wie das geht ist aber alles gar nicht so schlimm und ja das kriegen wir hin so jetzt schauen wir mal was geht jetzt alles mit dem gerät und wie gut vor allen dingen so jetzt machen wir mal so den ersten durchgang hier das rtt y von pinneberg 147,3 usb da bisschen unten drunter dann natürlich im usb bereich und ja das klappt sehr gut mit dem malachit ich habe den ja hier angeschlossen an mein audiosystem und wo auch der tele reader dran hängt ja und der dekodiert sehr gut seht ihr hier marken space blinkt schön auf dekodiert einwandfrei immer rüber ja also das geht sehr sehr gut ich mache mal ein bisschen weise ja also rtt y hatte ich euch ja schon mal gezeigt im ersten video dass er das kann und auch nicht schlecht kann jetzt mit der neuen software natürlich noch wesentlich besser und dann seht ihr jetzt auch gleich hier in dem spektrum den zeitzeichensender aus mainflingen in der nähe von frankfurt 77,6 also der wird hier auch wunderbar empfangen und dargestellt hier bei dem malachit klone aus china hier sind die drei steuerungssender sind auch sehr gut zu sehen also ich habe es jetzt mal probiert der geht nicht weiter runter wie 50 kilohertz also er lässt sich auch nicht weiter runter stellen 50 kilohertz ist die grenze von der software her schon ist das begrenzt also unten drunter brauchen wir es gar nicht probieren geht nicht es ist aber steht aber auch so da auch der originale kann nicht mehr soweit ich das zumindest weiß ja da seht ihr das also wie gesagt jetzt rtt y in diesen langen wellenbereich gesagt zeitzeichensender geht auch und sehr deutlich steuerungssensoren die gehen auch alle zu dekodieren das sieht man schon anhand den doch sehr guten signalen braucht ihr im grunde dann auch genauso nur einstellen wie mit dem normalen str ja super also rtt y im langen wellenbereich geht auch schon mal dann gucken wir mal weiter was der sonst noch so kann ja und jetzt wollen wir mal ein wetterfax noch mal empfangen ja ich hatte es ja schon im ersten video gezeigt da ging das ganz gut geht jetzt natürlich umso besser wobei ihr solltet immer die rauschunterdrückung bei solchen datenübertragungen wie ein wetterfax immer rausnehmen die hatte ich jetzt am anfang vergessen deswegen ist das bild am anfang auch nicht wirklich was geworden aber jetzt läuft es ganz gut ich habe das erst gar nicht gesehen wenn diese rauschreduzierung eingeschaltet ist das sieht man dann alles auch hier oben das habe ich mir aber jetzt erst nicht aufgefallen dass die dritte war ja wie gesagt hier könnt ihr das alles sehen was eingeschaltet ist das ist wunderbar ich mache mal kurzen schwenk wie gesagt der erste teil ist ein bisschen verraut also ein bisschen ja komisch geworden einfach dadurch dass die rauschreduzierung drin war das sollte man nicht tun und ja aber ihr seht ab hier jetzt hatte ich die rauschreduzierung rausgenommen und jetzt läuft das fax ganz gut durch ist ein wetterfax von pinneberg ihr seht es auch hier an dem peak der ist wunderbar und ja funktioniert mit malachit einwandfrei da kann man nichts sagen ja wetterfax der nächste test das rtt y auf kurzwelle werde ich jetzt weglassen das funktioniert hundertprozentig habe ich das rtt y ja auf langweilig schon gezeigt ich glaube das wird nur langweilig werden aber das kann der auf alle fälle natürlich auch habe ich euch auch schon im ersten video mal gezeigt und jetzt kann er das natürlich erst recht wie gesagt was ich halt wirklich toll finde ist die bedienbarkeit halt auch nur das der ganzen geschichte na gut dann wollen wir mal das nächste ausprobieren und gehen in ein broadcast band ja hier seht ihr jetzt eine drm dekodierung also digitale kurz digitales kurzwellenradio denn auch das kann man mit dem malachit machen momentan ist das signal nicht besonders stark deswegen hat man jetzt hier auch ein paar aussätze dekodieren tue ich das ja mit der software dream wie immer und ja das funktioniert eigentlich ganz gut momentan ist das signal recht schwach deswegen hat er auch einige aussätze aber es funktioniert mit dem malachit mit dem malachit kann man digitales radio hören bzw empfangen und kann mit der software dream die habe ich euch in einigen videos vorgestellt in verbindung mit dem texan s2000 und auch mit dem sdr play bzw sdr uno ja und dasselbe geht natürlich auch mit dem malachit und ihr hört ja auch die dekodierte stimme wo da rauskommt ich werde aber jetzt mal den ton ausmachen so das funktioniert wirklich alles prima so ich hab den mal hier ihr seht das signal ist sehr schwach deswegen funktioniert das momentan nicht so ganz optimal so dass es eine durchweg gut dekodierung entsteht aber das ist nicht die schuld des malachit sondern das momentan empfangs ja funktioniert einwandfrei ja digitale kult digitales kurzwellenradio kann man damit auch empfangen natürlich und auch die hier in dem fall müsst ihr dann halt den usb mode einstalten dann 10 kilohertz bandbreite einstellen klar so ein drm signal hat eine 10 kilohertz breite und dann könnt ihr das über diesen kopfhörerausgang natürlich dann hier in den pc einspeisen und dekodieren mit der software dream ja auch das geht in normalen wie gesagt also so normalen am sender zeige ich euch jetzt nicht mehr wie hier neben zum beispiel ist das habe ich euch schon das letzte mal gezeigt dass der das kann ist klar wie gesagt ihr müsst dann immer nur hier umschalten auf den jeweiligen mode und dann geht das ne und dann geht auch digitales kurzwellenradio tolle sache wie ich finde gott sei dank gibt es wenigstens ein paar stationen die das aussenden es ist ja nicht ganz so verbreitet gut da seht ihr das geht auch dann geht es weiter mit dem nächsten ja so wie er hier hört selbstverständlich geht auch ganz normales ukw radio damit und mit dem malahit ja das war aber abzusehen aber ich habe gleich zeige euch das trotzdem im wfm bereich wie gesagt da kann man dann noch den equalizer aktivieren und dann können wir noch mehr vom sound her rausholen ja eine ganz tolle sache auch für normales radio also ukw radio kann man das natürlich wunderbar gebrauchen ja das wollte ich nur noch mal trotzdem noch mal auch noch zeigen es war nichts besonderes aber ja wir gucken mal weiter was geht sonst noch so da geht noch einiges auf alle fälle aber hier auch der vollständigkeitshalber normales ukw radio so wie ihr gerade gehört habt da bin ich jetzt in diesem bereich frequenzbereich wo man nicht alles hören darf aber hier der wohl mit aus frankfurt am main den def mal hören und da seht ihr auch ihr habt es gehört die audio qualität ist wirklich hervorragend auch im bereich was mir halt auch besonders gut gefällt das war bei der testversion auch nicht der fall ist dass jetzt das am signal ja auch visuell dargestellt wird ja also die breite des am signals und das kann man ja verstellen wie gesagt die die bandbreite kann man verstellen damit man das genau auf das signal einstellen kann was ich euch auch noch nicht gesagt habe ist ich kann ja hier auch durch die frequenz scrollen ihr hier oben seht den step dazu den kann man auch verstellen indem man hier das drehrädchen hier unten gedrückt hält jetzt habe ich gesperrt das kann man übrigens auch feststellen die frequenz wenn man es länger gedrückt hält wenn man es nur kurz gedrückt hält das ist übrigens auch noch so eine funktion dann kann man hier die steps verstellen das wären jetzt 500 hertz 100 hertz und so weiter könnt ihr auch nach oben drehen ein jetzt hier ein kilohertz 2,5 und so weiter und so fort dass ihr könnt die die steps wo ihr dann dadurch scrollen wollt durch das spektrum könnt ihr natürlich dann auch dementsprechend hier verstellen indem ihr hier neben das drehrad gedrückt haltet ja und dann also gedrückt halt und dann könnt ihr dran drehen und dann verstellt sich das auch ja ist so ganz super sache je nachdem in welchem gerade im ssb bereich ist das ja wirklich vorteilhaft wenn man dann da die steps ein bisschen runter drehen kann gut dann schauen wir mal weiter so und hier sieht man jetzt nur 19 hier sieht man übrigens auch an der frequenz dass man da durchaus einen korrektur wert noch eingeben müsste kann man aber alles einstellen beim malachit und liegt leicht neben aber der kommt gut rein man kann ihn gut dekodieren ich habe ja hier speise ich das in meine in mein audio system mit ein und ja und dekodiere hier beziehungsweise empfange hier mit dem malachit auch den nur in dem fall nur 19 satelliten und ja das funktioniert auch damit einwandfrei natürlich umso besser man das einstellt noch mit der filter und so weiter umso besser wird das momentan ist auch meteor m2 in der nähe da kann sein dass da jetzt auch gleich noch ein jetzt wird auch hier schon so ein leichter buckel entsteht weil meteor m2 natürlich auf derselben frequenz sendet und ihr seht hier entsteht jetzt natürlich noch so eine wölbung das ist meteor wo jetzt auch noch daten sendet auf der frequenz also das könnt ihr mit dem teil auch empfangen sowohl meteor als auch nur und ja ich schwenke mal darüber ihr seht da kommen natürlich dann auch richtig gute bilder zustande wenn jetzt nicht gerade meteor dazwischen funken würde wäre das natürlich noch optimaler aber ihr seht kein schräglauf nichts kein doppler effekt zu sehen sieht alles gut aus wäre natürlich noch besser diese streifen hier die kommen jetzt vom meteor noch aber ansonsten sehen die bilder wirklich top aus wo hier reinkommen ich habe das jetzt schon ein paar mal gemacht mit dem malach hit also nur dekodierung geht einwandfrei und natürlich auch wie ihr seht würde meteor auch genauso gut funktionieren ja ihr seht das signal da das könnte man hier genauso gut dekodieren ihr seht ihr hier diesen diese wölbung das ist meteor gut also ihr seht ja gleich zwei satelliten auf einmal mit dem malach hit empfang geht auch geht alles kommen richtig gute bilder zustande also kein unterschied zwischen einem rtl str stick und auch dem gerät hier ist da wirklich nicht zu sehen nur jetzt halt momentan halt mit zwei satelliten das funktioniert ja nicht aber das kennen wahrscheinlich viele von euch die den 19 empfangen und auch die meteor kennen dass da dass die öfters mal aufeinander treffen bei der frequenz na gut dann schauen wir mal weiter also nur auch kein problem und ja jetzt schauen wir mal weiter was der kleine hier sonst noch so kann ja und hier befinden uns jetzt im l band 1541,5 megahertz die wo öfters im l band unterwegs sind die kennen diese und diese frequenzbereiche da reden wir dann von in mass hat satelliten ich habe darüber ja auch schon über den immer sat empfangen einige videos gemacht und ja es gibt allerdings einige ihr seht hier diese im spektrum also im wasserfall diagramm seht ihr die signale des der satelliten oder des satelliten die senden ja verschiedene frequenzbereiche manche darf man abhören manche darf man nicht aber ja ihr seht ganz klar und deutlich zu sehen ich habe das teil jetzt hier ein bisschen schräg hängen weil meine patch antenne für den immer sat empfangen da hat das kabel jetzt hier nicht bis rüber gereicht zum tisch deswegen hängt das jetzt hier so ein bisschen schräg aber das soll der sache kein abbruch tun ich wollte euch eigentlich nur zeigen dass hier ihr seht hier diese signale zu sehen sind und somit auch ja dekodierbar ja also die sind wirklich sehr klar und deutlich zu sehen also bis jetzt muss ich wirklich sagen was den malachit betrifft er kann eigentlich alles was ein anderer ist der er auch kann nur ganz alleine ohne computerprogramm also er kann das alles alleine machen das einzige wozu mein computerprogramm natürlich braucht ist ja das dekodieren dann dieser signale das waren jetzt auch alles das soll jetzt erstmal was das austesten der empfänge betrifft erstmal gewählt das soweit gewesen sein natürlich gibt es noch viel mehr signale aber das kennt ihr ja schon alles auch aus meinen anderen videos von aprs bis was weiß ich nicht alles ich wollte euch einfach nur mal zeigen dass er über dieses gesamte frequenz spektrum was er jetzt bietet durch diese neue software durch diese russische wo ich da drauf geflasht habe natürlich viele einsatzmöglichkeiten findet was ich übrigens auch noch sagen wollte er dieses gerät kann man per cut steuern also wenn ihr eine str software habt könnt ihr das mit diesem gerät verbinden das habe ich jetzt noch nicht gemacht aber ich weiß weil ich das gesehen habe bei mir im pc wenn ich hier den usb rein stecke wird dieses gerät auch als audio aus und eingabe gerät erkannt somit wird auch audio über den also audio über den usb übertragen und somit könnt ihr auch eine cut steuerung machen über ein str programm eurer wahl wo das halt auch beherrscht ja zum hd hd sdr zum beispiel kann das sdr runo hat auch eine cut implementierung und dann könnt ihr das teil auch ja per software steuern und natürlich dieses spektrum hier auch sehen ich benutze das jetzt aber nicht oder ich mache das jetzt nicht mit einer cut steuerung einfach weil für mich ist das ein stand alone alles andere was ich über den pc machen habe ich andere geräte was ich über den pc machen möchte aber es gibt die möglichkeit so das war jetzt mal so ein kleiner überblick über alles was das ding so empfangen kann so natürlich kann das noch viel mehr es war nur ein kleiner überblick und ihr seht hier im l band geht es genauso ja gut dann werde ich jetzt mal auf die pc kamera umschalten und werde euch einfach mal sagen wie man ja zu der original software kommt wie man die da drauf bringt auf das china gerät und ja es ist alles nicht so schlimm das machen wir mal durch und ja dann schalte ich mal um auf die pc kamera ja so jetzt sind wir hier vor der pc kamera ja wir haben ja jetzt so ein paar sachen durchgemacht manche sachen habe ich auch weggelassen jetzt wie normale radio am sender oder so das habe ich euch ja schon im letzten video gezeigt und ihr könnt euch ja sicher vorstellen jetzt dadurch was ich euch alles gezeigt habe dass er wirklich alles soweit kann der malahit aus china und ja jetzt wollen wir natürlich mal gucken ich habe ja wie gesagt diese russische software drauf gemacht und ja die braucht ihr erstmal natürlich ich habe hier ja das ist natürlich eine internetadresse die kann man jetzt nicht mal so schnell aufsagen ich werde euch diesen link zu dieser seite werde ich euch in die video beschreibung tun natürlich und dort erhaltet ihr alles komplett was ihr braucht ähm ja in russisch auch übrigens ist aber alles nicht so schlimm weil ihr gar nicht so viel davon braucht es ist auch eine russische bedienungserleitung mit dabei ich werde euch aber auch noch den link von einer englischen dazugeben weil ich denke mal die wenigsten von euch können vielleicht russisch wenn ja ist das ja auch in ordnung dann kommt ihr damit ja wunderbar zurecht diese software müsst ihr jetzt erstmal oder diese kompletten ordner müsst ihr erstmal runterladen dann geht ihr einfach hier auf download all und dann lädt ihr das runter und das findet ihr dann im regelfall in eurem download oder download ordner wieder so das zeige ich euch gerade mal wo haben wir es hier haben wir es und zwar ihr bekommt dann ich tu das mal gerade hier rausschieben ihr bekommt dann wenn ihr das runter geladen habt so eine zip datei diese zip datei tut ihr einfach entpacken in ein ordner oder verzeichnet eurer wahl ihr könnt es aber auch einfach nur so auf desktop schieben hier weil innen drin ist nochmal ein ordner das ist dieser hier dann auch mit russisch kirillischen buchstaben auf jeden fall kann man erkennen dass was mit malahit dsp tun hat wenn ihr den öffnet dann seht ihr da schon einiges drin und zwar aber das wichtigste ist hier in klammer steht hier firmware dort habt ihr allerhand zip dateien nochmal dort sind die ganzen firmwares drin das geht bis 1.0 e und ja ich habe mir die firmware 1.0 c auf das gerät drauf geflasht einfach deswegen weil wohl die am stabilsten laufen soll ja das habe ich so erfahren von manchen leuten dass die hier wohl am besten ist diese 1.0 c ja und diese entpackt ihr natürlich dann auch da sind zwei dateien drin dfu und eine hexedatei diese zwei dateien beziehungsweise ihr geht hier auf entpacken und entpackt einfach diesen ordner in der in dem selben in dem selben ordner wie alle drin sind und dann taucht er hier oben auf das ist dann firmware 1.0 c also wie gesagt auch diese zip datei einfach mit eurem entpackungsprogramm entpacken am besten hier in diesen selben ordner firmware gut wenn ihr das gemacht habt braucht ihr noch eine software und zwar die kennt ihr vielleicht schon von meinen wettersonden programmierungs geschichten das ist stm 32 cube programmer so heißt diese software den link dazu setze ich euch auch in die video beschreibung falls ihr diese software noch nicht haben solltet so die braucht ihr auf jeden fall auch jetzt wird es ein bisschen kompliziert das muss ich euch leider sagen und zwar ich habe hier ihr seht das ist von facebook auf meiner fanseite habe ich da nämlich auch einige bilder gepostet und ein paar erklärungen dazu gegeben zu diesem malahit china gerät da habe ich diese bilder gemacht und zwar das ist das innenleben des malahit ja das ist hier der arm prozessor das ist so hat so leichte raspberry pi gene so wie ihr gesehen habt und smd bauteile sind viel verbaut wichtig ist weil hier müsst ihr mal gucken auf die bezeichnung da steht ja so ein v ne wenn ihr das hier seht ein v und zwar die hersteller geben da einen hinweis und zwar da geht es nämlich drum wie man sein gerät zu flächen hat es gibt chips mit einem j ja also mit einem y oder mit einem mit einem v ich hatte jetzt einen chip mit einem v diesen kann man ganz normal im flash programm unter usb gerät ähm ja einstellen das andere als stm das zeige ich euch aber mal also ihr müsst gucken was habt ihr für ein chip das heißt ihr müsst das geräte mal auseinander bauen und die platine rausschieben ist aber gar nicht so schlimm und müsst gucken was ihr für ein chip habt v oder den hier y das klingt jetzt alles blöd aber äh und zwar es geht hier drum bei dem flash programm kann man einmal usb und einmal st link einstellen habt ihr den selben chip wie ich so ein v dann könnt ihr ganz normal über usb flashen ansonsten über st link das ist halt wichtig aber soweit ich weiß das war jetzt so aussage von vielen leuten ist wohl dieser v also diese v bezeichnung dieses prozessors wohl am häufigsten ich habe nur diesen ich habe nichts anderes ausprobiert mir wurde das so gesagt dass man dann hier wohl dieses st link wählen muss ich selber habe es nicht ausprobiert falls jemand von euch was anderes weiß oder was besser weiß bitte in die kommentare schreiben da ich nur dieses eine gerät habe konnte ich auch natürlich nur dieses usb wählen und auch damit flashen wenn jemand ein gerät hat mit diesem chip hier mit dieser anderen kennzeichnung mit dieser y kennzeichnung dann bitte schreibt einen kommentar und gibt einen hinweis wie man dort dann sein flash programm einzustellen hat oder ob es genauso geht oder wie auch immer ich kann mich da momentan jetzt nur auf die aussagen anderer verlassen deswegen wenn ihr da erfahrungen habt bitte in die kommentare posten da wäre ich sehr froh ja so sieht das aus so habe ich das dann rausgeschoben es ist sowieso wichtig dass ihr das auseinanderbaut weil zum flashen müsst ihr den akku das ist hier der stecker den akku der kommt ja mal hier rein der wird hier reingestöpselt den müsst ihr entfernen der akku muss abgestöpselt sein so dann müsst ihr das gerät wenn ihr das anschließt hier mit dem usb c stecker müsst ihr folgendes tun das klingt jetzt alles sehr verwirrend aber es ist tatsächlich so diese zwei verstellrädchen am gerät wo ihr hier lautstärke verstellt und auch die frequenz verstellt diese kann man ja auch rein drücken diese rädchen die müsst ihr beide gleichzeitig drücken also rein drücken und in dem moment den usb c stecker rein stecken so nur dann schaltet das gerät in diesen flash modus also in diesem modus dass man dort eine andere software drauf spielen kann klingt total bescheuert ist aber leider so ich kann es leider auch nicht unkomplizierter machen wie es eigentlich ist es ist wirklich blöd gemacht aber es ist einfach so ein ota update wäre da natürlich schöner gewesen aber ist es halt leider nicht steckt ihr rein und dann wird das dementsprechend erkannt das gerät und startet in diesem modus wo man dort dann eine andere software drauf flaschen kann ok also chip achten gucken dass ihr den akku hier raus stöpselt und diese software natürlich runterladen alles entpacken ich öffne nochmal den ordner firmware da ist dann der ordner drin wo ihr braucht mit der 1.0 c software ich habe es auch dann jetzt mit keiner anderen probiert weil sich viele über die etwas neuere versionen wohl beschwert haben dass die nicht so stabil laufen deswegen habe ich diese 1.0 c gemacht drauf geflasht diese software könnt ihr hier über das flash programm laden indem ihr hier auf das plus zeichen geht also als allererstes auf usb dann auf connect ich habe das gerät jetzt schon geflasht ihr habt das ja gesehen deswegen bringt das jetzt nichts wenn ich hier drauf drückt ihr müsst hier auf jeden fall auf connect und dann tut ihr das gerät als dvu dvu suchen und auf finden dvu detected danach geht ihr hier auf das plus zeichen und geht hier auf open file dann habt ihr ja hier euer ich gehe mal auf den desktop dann sucht ihr hier euren ordner raus hier ist der firmware ordner den wir runtergeladen habt dann öffnet ihr den ordner wo ihr ihn packt hat mit der firmware 1.0 c und dann ist hier drin eine hex datei diese hex datei klickt ihr an und öffnet diese dann erscheint die hier auf dem bildschirm ja so also ihr habt das gerät jetzt angeschlossen nicht wundern bei mir steht not connect bei euch würde dann wenn ihr hier auf connected drauf klickt würde das dann auch hier stehen alles ist gut und dann habt ihr diese hex datei im grunde ist das jetzt dann die neue firmware habt ihr dann hier herunter also hier hier drin stehen und diese könnt ihr dann downloaden bei mir natürlich ich habe kein gerät angeschlossen passiert nichts ihr ladet das runter auf euer gerät ja und dann war es das schon es klingt alles kompliziert ich weiß aber mehr ist es eigentlich nicht ihr müsst nur diese eine firmware diese eine hex datei hier reinbringen indem ihr das hier anklickt ich mache das nochmal auf das plus zeichen open file und aus dem ordner wo ihr entpackt habt aus dem zweiten ordner mit der firmware diese hex datei diese nehmt ihr download auf das gerät bei mir geht es jetzt natürlich nicht und dann war es das es kann auch passieren dass eine fehlermeldung kommt ja diese könnt ihr weg ignorieren alles kein problem so jetzt wird es noch gleich noch interessanter ja das ist schon alles nicht ganz so einfach aber das kriegen wir hin ich habe nämlich das alles so ein bisschen dokumentiert und zwar dann stöpselt ihr wieder den usb stecker aus ja also schließt das gerät vom computer ab stöpselt den akku wieder ein so dann seht ihr schon das gerät startet ja ihr könnt es dann wieder zusammenbauen das gerät könnt ihr müsst im regelfall auch den lautsprecher vielleicht sogar abstöpseln damit ihr die platine weit genug rausschieben könnt aber wie gesagt stöpselt alles wieder ein was ihr raus gestöpselt habt schiebt die platine wieder rein baut das ding zusammen so dann erscheint dieser bildschirm ja jetzt steht da dass man diese software das ist schon mal übrigens ein gutes zeichen wenn dieser bildschirm erscheint weil dann weiß man man hat die software korrekt auf das gerät drauf geflasht ja dann ist schon mal das schlimmste ist dann schon mal rum so jetzt steht ja hier dass diese software nicht aktiviert ist hier steht dann eine geräten nummer ich habe jetzt hier nur in der mitte die zahlen ein bisschen weg gemacht aber hier steht eine grüne geräten nummer diese grüne geräten nummer könnt ihr jetzt entweder zu eurem chinaman schicken weil bei ebay habt ihr ja dann immer die auswahl ob ihr das gerät und den code kaufen wollt oder ihr könnt auch hier natürlich den code einzeln kaufen für 55 euro wir können ja mal das kurz machen dann zeige ich euch das nochmal gerade machen wir gerade mal ebay auf jetzt mal als beispiel wo immer ihr das jetzt auch kaufen würdet es ist jetzt nur mal ein beispiel so hier sind ja sich unterschiedliche maler hits bei ebay in unterschiedlichen formen und farben ist aber im grunde egal wir nehmen jetzt mal den hier der sieht aus wie meiner so dann steht hier auswahl 2 gigahertz ja gut hier ist es jetzt natürlich hier ist es jetzt ohne code aber wenn ich jetzt 200 megahertz eintippe wir gucken mal gerade in die beschreibung oder ich nehme mal den hier vielleicht ist es da besser zu sehen ja bei den china händlern ist das manchmal gar nicht so einfach 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 mal jemand anderen hier anklicken so ne da steht auch nichts das ist natürlich wieder der vorführeffekt ja hier steht standard frequenzbereich 50 bis 200 megahertz so da steht der text hier steht jetzt in dem text zum beispiel bei diesem malachit 400 megahertz 2 gigahertz ist die registrierte upgrade version also ihr müsst jetzt praktisch hier bei eurem china händler wo ihr das bestellt könnt ihr so ein code anfordern und dieser code der kostet nicht also darf auf keinen fall mehr wie 55 euro kosten und dann schickt euer jeweiliger china händler das zu euch hin diesen code nachdem ihr per payball in der regel bezahlt habt ihr könnt es aber auch ganz anders da machen ihr könnt diesen code auch direkt bei den herstellern des original malachit beziehen hier unten steht ja dann auf dem gerät dass man den code zu dieser e mail adresse senden kann ja malachit unterstrich str rambler.ru das ist diese original russische e mail von dem original russischen gerät auch wo man das bestellen könnte und auch die die geben euch dann ja ihr schickt halt dort eine e mail hin mit der bitte um ein freischaltcode für diese jeweilige software und also für eine original software dann sagen sie halt dass sie schicken euch dann eine e mail zurück wo ihr hin euer 55 euro überweisen sollt beziehungsweise per payball hin transfer also per payball zahlen sollt und wenn dann ihr eine bestätigung habt von der zahlung schickt ihr diese bestätigung auch wieder per e mail dorthin und dann schicken die euch direkt diesen code ja wo ihr dann hier per drehrähtchen dann eintippen könnt zum schluss wenn ihr hier die letzten buchstaben zahlen oder wie auch immer eingegeben habt drückt ihr auf das unterste rad habe ich jetzt gar nicht mehr da das zeige ich euch aber jetzt trotzdem noch mal diesen code gibt mir ein mit diesem drehrädchen hier wo ihr nun mal die lautstärke verstellt und mit diesem hier wenn ihr dann die letzten zahlen oder buchstaben oder wie auch immer dann eingegeben habt müsst ihr dann zum bestätigen einmal drücken und dann ist die software freigeschalten also das müsst ihr auch noch machen ja es sind ganz schön viele schritte bis man dann doch mal seine original russische software da drauf hat also wer da kein spaß dran hat kann ich nicht empfehlen übrigens also ich kann das diese ganze prozedur nur jemanden empfehlen der wirklich spaß am probieren und basteln hat wer das nicht möchte ist da wirklich dann ja fehl am platz der sollte sich dann lieber schon ein fertiges aktiviertes gerät kaufen gibt es auch bei ebay problem ist die sind dann schon genauso teuer wie ein original ist also das lohnt sich dann nicht wirklich da reden wir dann vielleicht von einem preis einer schieb zwischen ja sagen wir mal 10 und 15 euro da kann man sich dann gleich ein originales kaufen ja ihr gebt das ein und somit ist das gerät dann freigeschalten ich hoffe dass das jetzt nicht zu kompliziert war es ist auch mir fällt es auch relativ schwer sogar zu erklären wie das funktioniert weil es halt einfach sehr sehr umständlich gemacht ist hier mit dieser software und so weiter und dann hier mit dem flash programm das sind alles so sachen schwierig für jemanden der es jetzt sage ich mal noch nie der noch nie was damit zu tun hatte ich meine ich kenne es von den wettersonden umprogrammieren da hat man auch viel mit dieser sache zu tun ja aber es ist machbar wenn ihr irgendwelche fragen noch habt oder irgendwelche probleme auftauchen könnt ihr mich jederzeit entweder hier unter shortwave listeningstationmala1 auf meiner fanpage erreichen per messenger dort habe ich auch viele informationen über diese geschichte noch gepostet über diese malachit geschichte wie ihr hier seht mit bildern und so weiter worauf man zu achten hat da habe ich auch die software nochmal verlinkt also und hier seht ihr auch übrigens dann wenn alles fertig ist steht dann im anfangsbildschirm dann auch da die original autoren der software hier steht die software die version steht hier unten und so weiter so sieht es dann aus wenn ihr dann fertig damit seid wichtig übrigens ihr braucht nur einmal diesen code eingeben und dann könnt ihr immer wieder updates machen dann könnt ihr auch eine andere firmware von mir aus drauf flächen könnt man die probieren eine neuere oder wie auch immer ob die dann mittlerweile stabiler läuft also das funktioniert immer dann also ihr müsst nicht für jede firmware wo ihr dann drauf flächen neuen code eingeben beziehungsweise dann auch nochmal neu kaufen oder so also das wäre ja irrsinn also einmal eingegeben passt ja ich hoffe das wie gesagt das bekommt ihr hin wenn nicht wie gesagt schreibt mir kommentare schaut bei mir bei facebook nochmal vorbei ihr könnt mir auch darunter eine nachricht hinterlassen dann wie gesagt über messenger wenn es da irgendwelche probleme gibt versuche ich euch da relativ zeitnah zu helfen und hier in dieser german rtl sdr gruppe von facebook da findet ihr auch immer wirklich sehr sehr viel hilfe hier ist auch das thema malahit da habe ich natürlich auch viel gepostet auch an videos und so weiter da sind auch viele erklärungen und natürlich auch sind auch schon viele fragen beantwortet von den anderen usern die mir welche gestellt haben und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen da habe ich das auch nochmal dokumentiert in der german rtl sdr gruppe da werde ich euch aber den link auch mal in die video beschreibung setzen es ist wirklich eine ganz tolle gruppe für allerhand sdr geräte und auch noch vieles mehr gut ich hoffe das video hat euch gefallen ich hoffe es war nicht so langweilig ich hoffe auch es war einigermaßen verständlich ich muss wirklich sagen es fällt einem wirklich schwer zu erklären diese ganze thematik wie das so funktioniert mit diesem malahit china klo um den dann hier ja diese russische software zu gönnen es ist schon sehr sehr umständlich dies ja da drauf zu flashen finde ich aber gut ihr bekommt das ganz sicher hin da bin ich mir ganz ganz sicher geht einfach genauso vor alle links wie gesagt auch zu dem programm hier setze ich euch alles rein in die video beschreibung gut das war teil 2 wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich natürlich über einen daumen hoch sehr freuen und über ein abonnement sowieso dann bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten Mal